Schönen guten Buongiorno meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein kleines Werbevideo, das Ganze hier wird von The Cycle unterstützt und der gute Henne und ich, wir probieren das Ganze hier für euch einmal aus. Auf seinem zweiten Kanal wird dazu auch noch ein Video folgen, sobald das raus ist, hau ich das Ding hier in die Beschreibung. Und ansonsten erzähle ich euch einfach mal ganz kurz, worum es hier eigentlich geht. Bei The Cycle landet man auf dem Planeten Fortuna 3, wo man verschiedene Aufgaben erfüllen muss. Vor Beginn jeder Runde schließt man sich einer Fraktion an, von der jeder verschiedene Ansprüche hat. Im Verlauf einer Runde könnt ihr beispielsweise dann Erze, Farm oder Biomasse einsammeln. Dies kommt dann eurer ausgewählten Fraktion zugute und es sind natürlich auch andere Spiele auf der Map, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen, aber ihr könnt euch sogar mit anderen verbünden. Aktuell läuft bei The Cycle die zweite Season und passend dazu haben sie ein komplett neues Areal auf der Map integriert. Das Ganze nennt sich Grease and Falls. Also passend zur zweiten Saison hat sich hier was auf der Map auf jeden Fall getan, finde ich eigentlich ganz nice. Außerdem hat man die Möglichkeit über den Fortuna Pass seinen Kleiderschrank nochmal so ein bisschen aufzupetten. Über insgesamt 100 Level verdient ihr euch dann verschiedene Skins, Emotes und etc. pp. Das Ganze wird dadurch verstärkt, dass ihr täglich, wöchentlich und über die komplette Season hinweg verschiedene Aufgaben an die Hand gelegt bekommt, die natürlich zusätzliche XP beliefern, damit ihr die 100 Level schneller erreicht. Ansonsten ist The Cycle Free-to-Play im Epic Store erhältlich. Tut also nicht weh, das Ganze einfach mal runterzuladen und zu schauen, ob das nicht vielleicht was für euch ist. Link dazu ist in der Beschreibung. Heute schauen der Henne und ich uns das Ganze mal an. Viel Spaß, Alter. Jetzt wähle deine Fraktion. Es gibt drei Fraktionen. Einmal gibt es die Korolev, die Osiris und die Ika und ich will hier die Korolev sein. Great, I can't handle blood. I'm nine, Coco. Match startet in 13 Sekunden. 12, 10 Sekunden. 9. Bist du bereit? Ja! Erfälle so viele Aufträge wie möglich, bevor du von dem Planeten runtergehst. Klar, ich weiß ja. Great, I can't handle blood. Wir sind ja in der Kapsel. Ja, Kapsel. Also wir können jetzt ja verschiedene Sachen machen. Ja, wir können tatsächlich hier Erze farmen, die hier beispielsweise auch auf der Map oben links angezeigt werden. Viecher töten. Viecher töten und Gegner töten. Ja. Oh, hier. Oh, das ist ein Spieler vor uns. Nee, nee. Doch, doch, doch. Echt? Den Speyer. Oh, Leute. Alter. Doch, doch, doch. Okay, lassen wir hier weiter, weil hier ist Erz. Und dann können wir unseren Auftrag, wir brauchen nämlich 280. Level up. Geil. Runtime. So. Oh, der ist ein Leuderer. Ja, aber ich glaube es... Haben die Agro? Nee, nee, nee. Hinter uns kommt einer noch. Zwei. Gesnackt. Ehre. Oh, die haben einen Stuff. Oh, noch einer. Aber die sind shit. Ja, das Ding ist, es ist wohl so, dass die immer krasser werden. Ja, ja. Und deswegen muss man irgendwann reinhauen. Und deswegen muss man schnell, so schnell wie möglich, Stuff haben und Best erledigen. So, ich will mal hier den... Ja, ich scanne schon mal unseren nächsten... Unser nächstes Target. So, Vorsicht, jetzt kann das durch das Leuder, ne? Unten. Gun, 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 gun. Von oben kommen die anderen auch. Shit, das sind einige. Oh, Leute. Echt einige. Ja, ja, ich baller von hier. Komm, laufe einfach ein bisschen. Move, move, move. Keiken, keiken. I wanna see some movement. I want the moves. Immer in Bewegung bleiben. Jalas. Oh, ja. 400. So. Okay, ich kann jetzt Stuff kaufen. So, ich nehme auch die Schnellfeuerwaffe. So. 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 Wollen wir mal Biomasse holen? Biermasse, ja. Biermasse. Oh, da ist auch ein Erz. Ich aktiviere es jetzt, ja? Denn. Lass mal auf den Pilz drauf. Ja, das wollte ich auch gerade machen, Mann. Haha. Ah. So, das geht natürlich jetzt deutlich flexibler, ne? Besser, einfacher. Stärker. Wow, wow. Wallah. So, wir sind hier... Wir sind ganz oben auf der Map. Da ist ne Schnecke oder sowas. Ah, ne, ist ne Drohne. Da ist ne Schnecke. Oh, das ist ein Alpha. Das ist Brot. Warte mal, ich mache eigentlich hier Drohne. Äh, Bohrung. Ah, ah. Oh, der grünes Item. Irgendwas. F. Biomasse. Achso. Ah, das ist auch ne Quest. Ja, ja. To kill. Ja, ja. Okay. Geil. Alter, das ist nice. So, next level. Wir sind dritter jetzt. Alter, richtig krass aufgestiegen. Schön. I think we need more minerals. Hey, ich kann immer noch nicht next weapon, oder? Doch, verbessern für 100. Mach ich. Krass. Hast du auch gemacht? Einfach nur mal drauf. Nochmal. Vollständig verbessern. Wallah. Da ist ein Spieler. Ja. Du hast den töten, oder? Okay, bist du sicher, dass du das schaffen? Ja. Okay, dann geil. Oh, der ist bei dem Ding. Der ist bei dem Ding. Ja, deswegen. So, die kriegen in die Rüstung rein. Der eine ist fast down. Yo, der kriegt richtig böse. Ja, die Viecher. Yo, den einen haben wir. Den einen haben wir. Der ist down. Hab ihn down. Hab ihn down. Ich muss mich nur eben... Alter, hier sind krasse Viecher. Scheiße. Die bumsen ihn. Die bumsen mich auch. Ich muss mich mal kurz ein Stückchen zurückziehen hier. Der eine kriegt jetzt Rüstung. Alter, die sind richtig stark. Hanno, wir müssen hier raus aus dem Laden. Ja, lass sie erstmal klären. Schön entspannt. High ground, high ground. Ja, ja. Wallah. Hier kommt ein Dicker. Der kann was. Ich glaube, wenn du ihn unten in die Rüstung knallst... Yo, ist down. Ich nehm das... Wallah. Die krasse Eier. Ja, eben. Nimm die Eier. Hab sie eingesammelt? Okay, wo ist der nächste Extract Crystal? Die Frage ist, wollen wir überhaupt noch irgendwas machen? Und vielleicht... Also, ich hab das Gefühl... Hand of Blood, das ist ne übelst krasse erste Runde, die wir hier gerade haben. Ja. Oder? Lass doch einfach weitermachen, oder? Ja, gut, dann gern. Kann man wieder was kaufen? Gesundheitsschub. Fahrzeuge. Ach, Fähigkeiten. Gesundheitsschub ist, glaube ich, ne gute Fähigkeit, würde ich sagen, oder? Okay, vielleicht schaffen wir die 800er Mission noch und dann verpissen wir uns, oder? Ja. Also, das wären wir auch... Was mal mehr in die Mitte der Map, oder? Wie viel leben denn noch? Es ist super viel Input, ne? Man hat einfach... Man kann einfach super viel machen, theoretisch. Theoretically. Aber es ist halt immer was los, Alter. Das ist halt auch... Aber ich glaube, wenn du richtig Knowledge hast in dem Game, dann weißt du immer so, okay, das ist jetzt das Beste zu machen, so. Weißt du? Ich glaube, das ist geil. Hier hat jemand sich was gut... Hier ist krasses Zeug. Das wird jetzt richtig... Superschwerstand. Ja, ja. Aber wir machen jetzt super krass einen Turm, oder? Okay, ja. Hier oben drauf, irgendwie? Ja, in die Rüstung. Ich muss natürlich aufpassen, dass jetzt auch keine Spieler kommen oder so, ne? Oh, da kommen Blitze rein! Das donnert! Oh, jetzt ist fertig, der Bumms. Geil. Das dauert ein bisschen. War vielleicht ein Fehler. Tut mir leid. Aber wir haben es. Wir haben es abgeschlossen. Unnormal belohnt. Okay. Sind wir jetzt gerade? Wir sind vierter. Warum sind wir vierter? Wir machen noch geile Scheiße. Guck mal. Ja. Wind, Donner, Blitz. Das fühl ich nicht gut. Lass uns mal reinhauen. Ja, weil nachher verpäseln wir das. Oh, vor mir ist ein Spieler. Ja, aber lass nicht direkt... Ja, oh, der schießt auf mich. Der hat einen Sniper, der hat einen Sniper. Das ist nicht gut. Ja, aber der kriegt jetzt von mir schon einen in die Richtung. Ich hab aber auch einen bekommen. Ja, 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 mein Schild ist übel. Der macht mich, der macht mich. Ich bin down. Wurde empfohlen. Einmal Rückruf. Hier oben, hier oben. Links, links. Oh, ich bin wieder irgendwie am Start. Ich bin wieder am Start. Ich hatte ein zweites Leben. Oh, ich bin aber 500 Meter weg. Du musst ihn ruhig machen. Der hat eine Waffe, die two-shottet mich. Ich glaube, Sniper ist komplett broken. Okay, ich bin hinter dir. Okay, dann lass uns sammeln. Ach, das ist krass. Wenn man Leute killt, sind die gar nicht raus. Du hast jetzt ein einmaliges zweites Leben bekommen. Wir haben noch drei Minuten. Ja, wir müssen jetzt reinhauen. Der Inversierungsschiff ist in der Mitte. In der Mitte. Ah, in der Mitte. Lass hin, lass hin. Ja, ja. Go. Go. I'm flying. Siehst du mich? Hier ist ein Spieler. Ja. Kommen wir da irgendwie rein? Okay, der hat Low-Shield. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, weiß nicht. Komm es down. Wollen wir rein? Wollen wir rein? Äh, ne, ich glaub wir müssen liegen. Ich bin schon drin. Echt, ja? Einfach rein spielen. Ciao. Ach, die campen da, um Spiele abzufangen. Ja, aber wir sind reingekommen, Anna. Und raus. Auf Platz vier raus. Ah ja, für erste Runde. Guck mal, Platz zwei und drei sind tot. Für erste Runde so, super viel Input. Aber man merkt auf jeden Fall, das hat Tiefe. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf ne Cycle bekommen habt, dann schaut gerne mal rein. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze for free spielen. Schaut beim Hanno vorbei. Creator Code, Hanno. Wir sehen uns. Alter, das ist richtig geballert. fear parte rein. DuЕ keyword mit ihr in der Videobeschreibung. Ui Scientists. Wir schauen mal los, Teams ... Und wir sehen uns. Mit unter ifast können keine Schlitzelhöhe raus steps. die либо Attische.